... zum Schluss dann der Verhandlungsmarathon von Brüssel. All das liegt jetzt hinter Ihnen. Freuen Sie sich auf den Urlaub? Also ich freue mich erst mal über das, was wir während der Präsidentschaft erreicht haben. Das war eine unglaublich spannende, herausfordernde Zeit, in der nicht nur ich, sondern auch alle Mitglieder des Kabinetts neue Eindrücke bekommen haben, sich eingesetzt 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 haben. Aber natürlich, natürlich, Allan姐. Vielen Dank bei Ihnen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.